Kleine Stream-Ankündigung Okay Spaß beiseite ich bin DonF204 und ich möchte diesen Samstag den 10.4. 2021 um 21 Uhr, also circa Pima Daumen bringt mich nicht um wenn es mal 5 oder 10 Minuten später oder eher wird ähm also ca. 21 Uhr möchte ich streamen ich möchte Among Us mit meiner Community spielen also mit euch könnt ihr mal in die Kommentare schreiben ob ihr Lust habt teilzunehmen auf jeden Fall müsstet ihr Discord ähm installiert haben, einen Discord Account besitzen und ihr müsstet meinem Discord Server beitreten und mit mir dann auch sprechen wollen und halt auch im Stream zu hören sein wollen ähm sonst würde das ganze nicht so richtig funktionieren gut also schreibt in die Kommentare ob ihr Bock drauf habt mitzuspielen wäre geil dass ich das grob abschätzen kann wie viele Leute dabei sind ähm wenn es zu viele Leute sind wechseln wir halt mal kurz durch das ist ja nicht das Problem also wenn wir keine Ahnung jetzt eine Lobby mit 10 Leuten voll haben und dann wollen noch drei weitere mitspielen wechseln wir halt mal kurz durch das ist ja nicht das Problem denke ich mal ähm ja ich habe das auf jeden Fall erst einmal gespielt bis jetzt ich habe also gar keine Ahnung von Among Us ich habe das nur einmal gespielt und glaube auch nur fünf Runden oder so also nur zum Testzwecken mal dieses Wochenende das letzte Wochenende jetzt am Samstag glaube ich habe ich es gespielt ich weiß gar nicht mehr genau ähm ja Samstag habe ich es gespielt genau und ja wir spielen nach folgenden Regeln ich hoffe ich habe die jetzt richtig eingestellt und ich hoffe die bleibt geblieben gespeichert online post neues Spiel ähm wir spielen auf jeden Fall hier ähm die Airship Map ich denke mal die ist cool zwei Verräter ähm maximal Spieler 10 genau und dann mit den Regeln ähm Karte Airship wie gesagt Verräter 2 äh Rauswürfe bestätigen an Notfalltreffen 1 anonym abstimmen an Notfalltreffen Wartezeit 15 Sekunden ähm Besprechungsdauer oh die wollte ich auf 15 Sekunden machen wartet mal kurz Habe ich auch so sehen 30 Sekunden gemacht nicht schlimm ähm Besprechungsdauer 15 Sekunden Abstimmungsdauer 120 Sekunden Spiel Spielertempo mal 1 Besatzungssicht mal 1 Verrätersicht 1,5 ähm Killwartezeit 40 Sekunden Killdistanz kurz ähm Aufgabenliste Updates nur bei den Treffen also bei den Meetings visuelle Aufgaben aus ähm Aufgaben für alle 2 lange Aufgaben 2 Kurzaufgaben 4 das werden die Regeln kann sein dass sich das nochmal ändern wird dann im Verlaufe des Abends egal Samstag 21 Uhr ich hoffe ihr seid dabei ähm und wie gesagt Discord Link unten in der Videobeschreibung einfach mal drauf klicken Discord join und hier in die Kommentare reinschreiben ob ihr Bock drauf habt dass ich grob planen kann wie viele Leute wir sind ähm dann wird's auf jeden Fall denke ich mal lustig mal eine Runde Among Us kann man ja mal machen mit der Community dazu hat man ja die Community und ich will auch mal ein bisschen Spaß mit euch haben Smash haben wir auch schon mal gespielt Super Smash Brothers auf der Switch und wir wollen auch mal ein bisschen was anderes spielen Among Us ähm gut das war's soweit von mir Tschüssli obwohl stopp eine Sache noch mhm 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 ich muss mal kurz ähm genau eine Sache noch genau in meinem Community Tab befindet sich derzeit eine Abstimmung äh oder Umfrage ob ihr Interesse an dem Community Event habt dem Apogee Maker Event Links sind auch in der Abstimmung enthalten und da würde ich mich freuen wenn ihr mit abstimmt 20 Leute haben abgestimmt mittlerweile ähm neun Leute wollen tatsächlich bei dem Event teilnehmen ähm acht Leute wollen wenigstens die Streams verfolgen also ja es ist auf jeden Fall eine ganze Menge an Leuten die dem Ganzen teilnehmen wollen und das finde ich ziemlich cool und ich würde mich freuen wenn ihr einfach bei der Abstimmung mitmacht ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben warum ihr nicht äh kein Interesse an solchen Events habt oder warum was ihr besser machen würdet und so dass ich es beim nächsten Mal weiß ähm würde mir auf jeden Fall helfen und euch natürlich auch weil wenn ich meine Events besser machen kann dann ähm habt ihr auch mehr Spaß daran okay diesem Samstag Among Us und ich hoffe ihr habt Spaß dabei Tschüsseli